Nabel! Ja, auf Sky Island begrüßt man sich, indem man sich gegenseitig im Bauchnabel herumfummelt. Old Blue Review sind die Geilsten! Herzlich willkommen wieder zurück zu Old Blue Review. Heute geht es um Konis. Konis, mein Engelchen! Im Waifu-Meter-Test. Ja, wer Konis nicht mehr kennt, Konis ist das kleine Mädel von den Sky Islands aus Sky Pier. Vor dem Timeskip war sie 19 Jahre alt und nach dem Timeskip natürlich 21 Jahre alt und ist geboren am 20. Mai. Diese engelsgleiche Gestalt ist eine Bedienung im heutigen Pumpkin Café. Konis ist sehr musikalisch, sie hat damals immer eine Harfe mit dabei gehabt und hat die Harfe gespielt. Wahrscheinlich kann sie auch auf Flöten spielen, denn ich habe Grund zur Annahme, dass sie mit langen Dingen gut umgehen kann. Was wir später gesehen haben, als sie mit richtig großen Bazookas rumgefummelt hat. Konis hat blondes Haar und Flügel wie ein Engel und wir können glaube ich alle Sanji verstehen, dass er auf Konis gestanden hat, denn sie ist unglaublich süß. Konis ist ganze 1,76 Meter groß. Das ist eine normale Größe zum ersten Mal und ihr werdet sehen, sie hat noch andere normale Maße, die wir so eigentlich selten haben in One Piece. Tja, auf was für einen Typ Mann steht Konis eigentlich? Sie steht auf gläubige Männer, denn sie ist ja auch ein Engel. Haha, und sie steht auf Tierliebhaber, denn sie selber rennt auch ständig mit einem Fuchs herum. Tja, zur Körbchengröße würde ich sagen, Konis hat ein C-Körbchen, was wahrscheinlich das Normalste und eine der kleinsten Größen überhaupt in One Piece ist. Und wenn ihr auch in den Genuss von Engelslippen kommen möchtet, dann solltet ihr ganz schnell konvertieren. Auf dem Sex Appeal Rating würde ich sagen, ist sie eine 7. Und auf dem Waifometer würde ich ebenfalls sagen, eine 7. Ihre Ansprüche sind nicht gerade sehr groß, genauso wenig wie ihre Hupen, aber dafür hat sie zwei lustige Antennen auf dem Kopf. Keine Ahnung, was sie damit fühlen kann und ob es ihr gefällt, wenn man daran rumspielt. Haltet euch fest für nächste Woche, denn nächste Woche wird es mal ein bisschen anders. Wir werden uns wieder ein ältere Gefilde wagen. Nächste Woche sprechen wir über Dr. Kulea. Bis dahin, bye. The Blue is real.